In diesem Video möchte ich den Gewinner des DUSBUL-Expert auslosen. Hierzu habe ich von allen 147 gültigen Teilnahmen den jeweiligen Teilnehmernamen ausgedruckt. Als Loos-Trommel nutze ich eine kleine Abzweigdose. Hierzu habe ich eine kleine Abzweigdose. Vorab möchte ich mich bei allen Teilnehmern für die Teilnahme bedanken. Selbstverständlich kann es jedoch nur einen Gewinner geben, den ich nun ziehen werde. Der Gewinner lautet Andreas Rerich. Bitte teile mir innerhalb von 7 Tagen eine gültige deutsche Postadresse über eine private YouTube-Nachricht mit, damit ich den Gewinn schnellstmöglich an dich verschicken kann. Ich hoffe, allen Teilnehmern hat diese kleine Verlosung gefallen. Wenn dies der Fall war, würde ich mich über einen Kommentar, eine Bewertung oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video.